Die Kalifornische Zentralbank sieht sich leider nicht mehr in der Lage, Zahlungen an ihre Kunden zu leisten und möchte ihnen deshalb ihr ausdrückliches Bedauern übermitteln. Hä? Was meinen die damit? Was hat das zu bedeuten? Ich glaube, junger Herr, dass man das sicher als Bankrott aufzufassen hat. Darf ich fragen, welche Art von Versicherung Sie wünschen? Eine Versicherung gegen den Tod. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Wir versichern gegen jede Todesart, sei es zu Lande oder zu Wasser, durch Krankheit, Mord, Unfall, Krieg oder Ertrinkt. Das dürfen Sie nicht, junger Herr, nein. Ich muss unbedingt sterben, verschwinde doch endlich. Ich habe mich schon versichern lassen. Wenn Sie sterben, werden wir reich. Ja, selbstverständlich. Ich werde Ihnen sofort eine Bescheinigung ausstellen, damit man Sie nicht wegen Mordes anklagt. Um Gottes Willen. Schade, viel hat nicht gefehlt. Herr Fang, ich bin nicht vorhin hier. Ruhigen Sie mich nicht um. Sie müssen spurlos verschwinden. Meine Leute werden Sie überall beschützen. Die beiden? Meinetwegen. Gehen Sie in die Deckung, junger Herr. Hilfe! Wer will wissen, wo wir hinwollen? Wir wollen ins Jenseits. Da seid ihr bestimmt auf dem richtigen Weg, junger Herr. Was wollen Sie denn? Anhalten! Nehmen Sie uns weg! Anhalten! Passt Sie doch! Eine so schöne Gegend und so arme Leute. Die haben nicht mal was zum Anziehen. Anhalten! necesita krass! Anhalten! Ah, sie sind sicher nicht ungern. Nein! Da! Anhalten! Anhalten! Anhalten!